Hallo Leute und herzlich willkommen in Part-Time in Szene ist mir Gizmo. Willkommen zurück zu Charter 2, Mon Diefs, gleiche Stelle. Es geht weiter. Wo auch immer hin. Darunter. Wir sind nah dran, glaub mir. Wir sind ein paar Türen, ich brauche Hilfe. Okay. Okay. Geh. Ich brauche Hilfe. Keine Rätsel. Bitte keine Rätsel. Hier ist Elena. Der geheime Eingang nach Shambhala. Nate? Ja? Ja? Ich sehe nichts. Ich auch. Gewürzt. Wenn ich noch eine Wand umsetzen muss... Sieh dich weiter um. Irgendwo muss ein Hinweis sein. Bist du sicher, dass er das ist? Es muss einfach. Wir übersehen was. Wir übersehen was. Nein, ich mag keine Rätsel. Hier. Äh, nein. Wir nicht. Es sind vier. Hier. Ah. Ja, so geht's. Natürlich. Was? Pass auf. Hab nicht passiert. Fallen lassen. Na los! Zurück! Den ist doch scheißegal. Ich hätte dich töten sollen, als ich es konnte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Zurück! Oh, drück doch ab, Kleine. Das überlebst du nicht. So, und du öffnest jetzt den Eingang zu Shambhala. Fahr zur Hölle. Kennst du dich mit Geschichte aus, Dreck? Ist zufällig eins meiner Hobbys. Genghis Khan, Saddam, Stalin, Pol Pot. Das waren alles große Männer. Aber wie kamen sie an die Macht? Du wirst es uns sicher gleich sein? Weil sie den Willen hatten, das zu tun, was notwendig war. Mitleid ist der Feind. Gnade besiegt uns. Und, wenn ihr keinen Beweis meines Willens wollt, dann lasst eure Waffen fallen. Tu es. Tretet sie weg. Also, du hast meinen Willen geprüft. Und jetzt werde ich deine prüfen. Uns zu töten wird dir nichts nützen. Bei ihm hast du recht. Aber du... Wenn du ihr was tust, kriegst du überhaupt nichts. Tja, dann haben wir wohl ein kleines Problem. Außer... Ich bring noch jemand ins Spiel. Bring sie rein! Na, Chloe! Nimm die Finger weg! Jetzt geht eine mit gutem Beispiel voran. Und die andere ist Anreiz für deine Mitarbeit. Wähl eine! Das ist Blödsinn, Nate. Ja, lass dich bloß nicht darauf ein. Du willst meine Hilfe? Lass sie gehen. Das hier ist keine Verhandlung! Wen würdest du opfangen? Und wen würdest du retten? Diese da? Willst du diese retten? Oder die hier? Hm? Lass den Scheiß! Hör auf mit dein Spielchen! Ich tue, was du willst! Arschloch! Komm runter! Hey, Arschloch! Dein Feuerzeug! Arschloch! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, cool, das Ganze. Bring's in Ordnung. Und nehm den da mit. Vielleicht läuft dies Mariannese schief. Und, Mr. Drake. Keine faulen Tricks, verstanden? Nur ein Arschloch, Junge. Ein hinterhältiger Mistkerl. Ja, ich hab halt beim Besten gelernt. Jetzt mach schon. Komm, du zuerst, Schätzchen. Ja, mit der Waffe bist du stark, was? Lauf mir nicht weg. Dranbleiben. Ich halte schon mit. Ich lass dich nur vor. Wir schaffen das. Jawoll. Warten. Warte doch, du Junge. Ach, ich kumpel zu mir, oder? Oh, Vorsicht. Das ist nicht weit. Hey. Sorry. Ist das vielleicht im Weg? Schön, dass du Spaß hast. Nicht gleich. Na toll. Siehst du, vertrau mir doch einfach, Monk. Na bitte, Schätzchen. Na los. Du zuerst. Arsch. Er rettet mir das Leben und... Ja, okay. Das wäre wahrscheinlich selbst tot. Wehe, du führst mich in die Sackgasse. Hier durch. Ich glaube, deine Wampe passt da nicht durch. Hehehe. Ich habe mir die Sackgasse. Okay, Teamwork. Wie in alten Zeiten, was? Na. das wasser hat das überlebt oder gibt es so blöd gibt man das so blöd steht weiter wie haben die den karren bloß da hinbekommen das würde ich auch gerne wissen was wie sonnen schwarz nein hilf mir schieben andere seite was macht er was macht er er doch so übergehen können wir besser gewesen ich habe es so gehalten dann hupft er ab und rost fliehen die schau die beiden sind irgendwie lustig ich hoffe du schaffst den sprung allein was du kannst kann ich auch hilf mir hilf mir da drüben ist ein scherz ich habe es gesehen brauche ich wahrscheinlich nicht aber es ist okay machen wir sie auf ist noch eine tür nicht nur das muss du tun was müssen wir tun warte einfach hier wie üblich regle ich alles wirklich moment was die symbole ich kenne die symbole da oben sind die symbole kann ich drehen so ein kleines buch so große zylinder warte unten komische zeichen das hier das hier der das hier nicht passend Jetzt sind wir an der anderen Seite. So, da haben wir ganz vorne das Zeichen. Da. In der Mitte kommt woanders. Komm schon Mann, wir haben nicht ewig Zeit. Das hier? Und dann... Komischer. Nein. Das war's. Das kommt auf den Boden. Komm, mach dich mal nützlich. Du bist so in den Ohren unwissender Müllhalde, Alter. Na bitte. Wasser. Das war's. Missed. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, war's. All right, jetzt müssen wir mal. Okay, da ist ein bisschen. Ich bin damit. Ich bin damit. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Haltet ihn. Klar, ich schieße hundertmal drauf, ist nix. Er hat zwar mit seiner BAM. Was sind das für Viecher? Was? Wächter, um eindringlich abzuschrecken. Na, das funktioniert ja super! Lazariewicz, ich habe getan, was du wolltest. Lass sie gehen. Immer am Falschen. Aber du hast das letzte Blatt gespielt und verloren. Das ist wohl das Ende deiner Reise, Kumpel. Nein, 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 nein. Noch nicht. Er soll Shambhala sehen und wissen, dass ich es ihm genommen habe, wenn er stirbt. Öffnet das Tor! Jetzt bin ich gespannt. Hahaha! Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, schaut sehr schön aus. Sehr gut. Alles klar, ich nehme an, du weißt genau, wo der Stein zu finden ist. Du brauchst mich nicht mehr. Danke. Auf die Knie! Nicht auf meine, auf deine. Wir werden angegriffen. Was ist das? Diese Mügel! Schießt, Idioten! Ach, Schiss. Dafür, Ningen! Oh! Verdammt! Na! Auf die Brücke! Na los, und mit dem Cliphänger höre ich jetzt auch mit dieser Folge. Geht doch hin. Schicksal da, aber da. Hier ist noch mich ja auch. Ähm, ja. Ich beende das doch noch nicht. Ich hab keine Waffe. Oh! Ja. Ja. Nein. 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 Was ist das? Ich wollte eigentlich, dass die Lesb-Champion beenden, als ich folge und, äh, ja. Das wird aber nicht so schnell. Ich kann nicht. Ich hab kein, äh... Das tut schön. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt wende ich diese Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war eine geile Folge. Werde geht's nächste Woche dann bei Uncharted 2 Among Thieves. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye, euer Dagismo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.